Wie viele Steuern müssen Sie bezahlen, wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen? Das schauen wir uns heute an. Und zwar ein einzelner Unternehmen, was verkauft wird, eine GmbH und Co. KG, eine GmbH oder aus einer heutigen Struktur heraus, wo eine GmbH verkauft wird. Die Steuersätze liegen zwischen 1,5% bis zu 50%. Die Details, die schauen wir uns heute einmal an. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich spezialisiert auf das Unternehmenssteuerrecht, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und ich habe für Sie dabei heute eine kleine Präsentation, um genau zu sein, eine Folie, wo ich Ihnen dargestellt habe, wie viele Steuern Sie zahlen müssen, wenn Sie ein Unternehmen verkaufen. 1, 2, 3 und 4. Im ersten Modell sind Sie der Veräußerer und Sie verkaufen ein Einzelunternehmen. Da müssen Sie natürlich den kompletten Gewinn aus dem kompletten Verkauf des Einzelunternehmens versteuern. Der Steuersatz ist Ihr persönlicher Steuersatz, theoretisch 0 bis hoch zu 45%. Der wird wahrscheinlich bei 42% liegen, weil Sie in dem Jahr ohnehin andere Einkünfte haben. Und der Grenzsteuersatz, also der Veräußerungsgewinn, der mit dem Grenzsteuersatz on top kommt, der wird wahrscheinlich bei 42% liegen. Warum 42%? Weil Sie einen Spitzensteuersatz haben von 42% immer dann, wenn Sie schon 54.000 Euro anbieten, andere Einkünfte haben, die den niedrigen Steuersatz aufgesaugt haben. Oder bei Zusammenveranlagten 108.000 Euro haben an anderen Einkünften, die diesen niedrigen Steuersatz aufgesaugt haben. Dann kommt quasi der Veräußerungsgewinn on top und da sind wir automatisch bei 42%. Hoch bis zu einer Viertelmillion bei Einzelveranlagten. Dann steigt es dann nochmal an von 42 hoch auf 45. Und bei Zusammenveranlagten geht es bei einer halben Million hoch von 42 auf 45%. Und ja, so liegt der Steuersatz zwischen 0 und 45%. Und bei Personengesellschaften, ja, da liegt er auch zwischen 0 und 45%. Und wir müssen vom Grundsatz her den kompletten Gewinn versteuern. Dazu muss man wissen, Gewinn ist ja nicht das, was Sie bezahlt bekommen, sondern Sie haben einen Veräußerungspreis. Ich sage jetzt mal von 200 Geldeinheiten. 100 Geldeinheiten ist Ihr Buchwert in der Gesellschaft, also Ihr Eigenkapital. Da müssen Sie noch einen Gewinn von 100 Geldeinheiten versteuern. Mit dem Steuersatz 0 bis 45%. Und Sie müssen die 100 Euro vom Grundsatz her versteuern. Jetzt gibt es noch einen kleinen Freibetrag, und zwar in den beiden Bereichen. Und der Freibetrag ist 45.000 Euro. Aber wenn der Gewinn in der Summe 131.000 Euro übersteigt, dann reduziert sich der Freibetrag. Also das heißt, wenn Sie 100.000 Euro Gewinn haben, kann ich die 45.000 Euro komplett abziehen und muss nur noch 55 versteuern. Wenn ich aber mehr Gewinn habe, bis 131.000 Euro ist dann okay, aber wenn ich mehr Gewinn habe, sagen wir mal 132.000 Euro Gewinn habe, dann habe ich nicht mehr 45.000 Euro Freibetrag, sondern von 132.000 Euro könnte ich nur noch 44.000 Euro Freibetrag abziehen. Und so weiter und so fort. Und wenn ich bei 181.000 Euro wäre, ja, dann wäre mein Freibetrag komplett aufgebraucht. Ich könnte nicht mehr in Anspruch nehmen, der ist abgeschmolzen, nennen wir Steuerrechtler das. Das heißt, ich bekomme gar keinen Freibetrag mehr, wenn ich über 181.000 Euro Gewinn im Einzelunternehmen bin. Das ist ein kleiner Vorteil, 45.000 Euro Freibetrag für kleine Veräußerungsgewinne von Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Zweiter Vorteil ist, ich zahle darauf keine Gewerbesteuer. Und ja, dritter Vorteil ist, ich bekomme vielleicht die Fünftelregelung. Fünftelregelung kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon mal eine Abfindung bekommen haben. Wenn Sie einen sehr großen Geldbetrag auf einmal ausgezahlt bekommen, können Sie Fünftelregelung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, wenn ich ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft verkaufe und mache darauf eine Million Gewinn, nehme ich ein Fünftel, 200.000 Euro, nehme darauf den Steuersatz, der vielleicht niedriger ist, als der Gewinn auf eine Million, nehme den Steuersatz, ich sage jetzt mal 40% statt 42%, und dann sage ich, die Steuer, die rauskommt, davon muss ich natürlich dann wieder das Fünffache bezahlen. Meine Erfahrung, das hört sich immer super gut an, in der Praxis bei unseren Mandanten, die ein Unternehmen verkaufen, der Gewinn ist so hoch, die Fünftelregelung bringt da gar nichts. Aber es gibt noch ein weiteres Modell im Bereich von 1 und 2, das ist der sogenannte halbe Steuersatz. Das ist nicht genau der halbe Steuersatz, sondern das sind 56%. Den bekommen Sie, wenn Sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, also wenn Sie 55 Jahre alt sind, und nur einmal im Leben, wenn Sie das beantragen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen, einen Gewinn machen von 100.000 Euro, sagen wir mal, Freibetrag hätten wir an dieser Stelle nicht, dann versteuern Sie den eigentlich mit Ihrem individuellen Steuersatz von 42%, aber davon wiederum nur mal 56%. Wenn Sie das ausrechnen, sind Sie bei knapp 24%, also einem besonders niedrigen Steuersatz. Ich schreibe das mal hier hin, ca. 24% Steuern, wenn Sie einmal im Jahr diesen halben Steuersatz in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn Sie einmal im Leben ein Unternehmen verkaufen, ist das durchaus gut, ein Einzelunternehmen oder eine GmbH zu verkaufen. Wenn Sie regelmäßig Unternehmen verkaufen, dann ist ein Einzelunternehmen oder eine GmbH nicht so gut, weil dann müssen Sie den Gewinn komplett versteuern mit bis zu 45%. Bei einer GmbH ist das schon deutlich besser. Da müssen Sie nicht den kompletten Gewinn versteuern, sondern nur 60%. Das dann mit Ihrem individuellen Steuersatz. 0 bis 45%. Und während bei einer normalen Besteuerung beim Einzelnehmen und bei einer Personengesellschaft dann Steuern bis 45 Geldeinheiten anfallen, kann man das ausrechnen, 60 mal 42 oder mal 45, das sind dann nur 27 Euro. Deutlich besser, wenn Sie in die GmbH verkaufen. Aber wie gesagt, wenn Sie den halben Steuersatz in Anspruch nehmen, dann sind Sie hier oben bei 24%. Das ist im Bereich von Einzel- und in der Personengesellschaft natürlich das Allerbeste. Aber wie gesagt, nur einmal im Leben. Ja, bei der GmbH bekommen Sie es auf jede GmbH. Bei einer GmbH bekommen Sie auch noch einen Freibetrag von 9.000 Euro. Ist nicht ganz so viel wie bei einer Personengesellschaft. Da sind es 45. Und das Allerbeste, worauf ich an dieser Stelle hinaus möchte, ist, wenn Sie eine Holdingstruktur haben. Das heißt, wenn Sie eine Holding haben und die Holding GmbH verkauft, die Tochterkapitalgesellschaft, dann zahlen Sie nicht 27%, sondern müssen nur 5% versteuern mit dem GmbH-Steuersatz von 30%, sodass die Gesamtbelastung 1,50 Euro ist in der Holding. Dann bleibt die Holding bei Ihnen zurück und die Holding hat quasi so einen kleinen Geldsack. Das heißt, das Geld ist in der Holding und wenn Sie es irgendwann ausschütten, ja dann fallen leider nochmal 25% an. Aber erstmal habe ich nur 25% Steuern gezahlt. Ganz großer Vorteil beim Verkauf von Durchholdingstrukturen. Jetzt überlegen Sie Ihre Struktur, schauen Sie sich die an und überlegen Sie, was ist für Sie die beste Rechtsform. Ich sage Ihnen, Variante 3, die GmbH-Struktur ist meistens nicht so gut. Warum? Sie zahlen zwar relativ wenig Steuern, nur 27 Euro, aber der Erwerber kann den Kaufpreis nicht abschreiben. Der findet das eigentlich nicht so gut. Eventuell will der den Kaufpreis dann drücken, wenn er nicht abschreiben kann. Das Problem, dass der Erwerber nicht abschreiben kann, habe ich Ihnen hier zusammengefasst in zwei Videos. Das eine ist Asset-Deal und Share-Deal. Weil der Erwerber möchte dann von Ihnen keine GmbH kaufen, sondern nur die einzelnen Wirtschaftsgüter für Asset-Deal. Und das andere ist ein Kauf, wie der Erwerber dann doch die Unternehmensstruktur beim Kauf einer GmbH optimieren kann. Schauen Sie sich diese beiden Videos gerne einmal an. Damit wäre quasi diese Struktur besprochen. Bleibt noch diese Struktur. Diese Struktur kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie ein Unternehmen haben und einmal im Leben dieses Einzelunternehmen und die Personen sicher verkaufen wollen. Ein sehr niedriger Storsatz von nur 24%. Und der Erwerber hat den großen Vorteil, er kann abschreiben. Und wenn ich ein Unternehmen kaufe und es abschreiben kann, bekomme ich in den nächsten 5 bis 15 Jahren die Hälfte vom Finanzamt wieder. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, dass Sie aus Ihrer GmbH per Formwechsel eine GmbH und Co. KG machen. Dann ist das für Sie nicht so der große Vorteil. Sie kommen jetzt hier von 27 runter auf 24. Okay, aber der Erwerber kann natürlich den Kauf eines Einzelunternehmens abschreiben oder einer GmbH und Co. KG. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie Sie aus der GmbH per Formwechsel in eine GmbH und Co. KG kommen. Denken Sie daran, wenn Sie die Umwandlung machen, haben Sie 5 Jahre Sperrfrist. Also eine Umwandlung der GmbH in die GmbH und Co. KG müssen Sie 5 Jahre im Voraus machen. So, alternativ kann aber sein, dass Sie sagen, Herr Jun, ich möchte von meiner Personengesellschaft in eine GmbH und von der GmbH danach in eine Holdingstruktur. Warum? Weil dann muss ich ja nur 1,5% Steuern zahlen. Das geht auch. Aber bitte beachten Sie, dass Sie dann hier eine Sperrfrist von 7 Jahren haben. Also erst in die Holdingstruktur gehen, 7 Jahre lang warten und dann kann die Holding, die Tochter GmbH nahezu steuerfrei verkaufen. Die zahlen dann nur noch 1,5%. Ja, das war mal ein Überblick zum Unternehmensverkauf. Das hilft nicht nur Ihnen als Verkäufer, sondern natürlich dem Erwerber auch, weil beim Unternehmensverkauf, wir beraten da ja sehr viel zu, ist es immer so, Sie müssen beide Seiten verstehen. Der Verkäufer muss den Käufer verstehen und der Käufer wiederum muss den Verkäufer verstehen, weil nur so schaffen Sie eine Gesamtlösung, die beiden gerecht wird. Wenn Sie Fragen haben zum Unternehmensverkauf, zum Unternehmenskauf, wir beraten immer vollumfänglich, dann rufen Sie uns einmal an, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit meinem Kollegen oder mit mir. Wir beraten dazu natürlich dann gerne.